Vario Land, die aktuelle Nummer 1 der Nintendo Top 10. Hier ist das böse Gut und Gold noch besser, denn hier spielt Mario die Hauptrolle. Verbissen kämpft er gegen Mario, denn er will unbedingt sein Schloss haben. Ein super Spiel mit Batterie gestütztem Speicher für jede Menge Action. Mario, du bist Mario. Du wadest den Gold und kämpfst gegen böse Piraten. Und dann verwandelst du dich in einen Jet oder spuckst Feuer. Denn du bist der böse Vario. Vario Land in Super Mario Land 3. Neu für den Game Boy. Das macht sogar viel Spaß.